Oha! Oh nein! Kamek! Ah! Weg! Wow! Irgendwie zu einfach. Jetzt bin ich nur für Muscheln hingegangen. Wie? Das hat sich gar nicht gelohnt. Wie ich finde. Ist ja unfair. Nur wegen ein paar Muscheln. Ich werde sowieso... Das kann man überhaupt mit der Bestellung mal machen. Keine Ahnung. Kriegt man dafür Glücksfragmente? Könnte ich mir jedenfalls vorstellen, dass es das da mit gelbe. Tralalal... Tralala... Und ab hier durch. Jetzt auf der anderen Seite noch weiter. Das ist doch bestimmt ein Raumschleim. Nein. Boah, Akel gehabt. Sah für mich erst danach aus. Sollte ich nicht so viel spekulieren. Hier konnten wir ja nicht durch. Ah. Mussten wir hier lang? Ich stelle mir wirklich nur Fragen. Das hatte ich ja schon öfter mal erwähnt. Da, da, da. Da, 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 da. Okay. Jetzt kann ich mich eigentlich hier bald durchbotteln. Nom, nom. Das geht auch... Ich hätte auch direkt mich da langbotteln können, statt außenrum zu gehen. Äh. Jetzt. Nein. Autsch. Ich will raus. Schnell. Weg. Äh. Weg. So. So. Äh. Hier können wir uns so kleiner machen. Weg. Ihr Totkopfer. Mussten wir... Was müssen wir hier machen? Hm. Wurde ich nicht über das letzte Mal ein paar Mal runtergeschüppst? Err, err, err. Ich muss erst mal da durch. Ne. Ich muss die Knöpfe hier drücken. Ne. Die sind ja schon offen. Ich muss hier drauf. Ich glaube, das haben wir jetzt mal schon gelöst. Und wir trotzdem... Spacke ich hier rum. Es ist etwas länger her. Etwas länger. Dat. Dat ist möglich. Boah, sind die Dinger... Ey, das ist echt verdammt laut. Mach mich groß. So. Jetzt kämpfen wir gegen dich. Beim letzten Mal hast du uns, glaube ich, runtergeworfen. Jetzt verstecke ich mich hier in der Ecke. Hallo. Geh weg. Verschwinde. Ich mag dich... Ne, hier ist ein Schall davon, deswegen kann ich dich nicht schlagen. Also... Wow. Mist. Das nur für ne Mupfel. Ne Mupfel. Ich fahre doch bestimmt irgendwas runter. Nix. Gar nix. Haben wir hier schon alles gelöst? Oh, unfair. Aber ich habe noch was vor. Beim letzten Mal, glaube ich, nicht gemacht habe. Und zwar runterfallen. Ich weiß nicht, wenn ich... Muss ich hier runterfahren? Ja. Und dann kann ich da unten durch. War ich da hier schon letztes Mal? Weiß ich nicht. Werden wir jetzt hier rausfinden? Oh, nein. Hoho. Dadalala. Äh. Ja. Mach mich groß. Danke schön. Schon mal das Herzteil erhalten. Ja, ein bisschen Bescheid. Äh. Wie viele von den Essenzen brauche ich dann noch? Ich habe zwei. Erdelement. Wo habe ich das Erdelement hier? Und wo habe ich das hier? Hier muss ich das Wind. Hier steht Tor des Windes. Ja, äh. Das mache ich hier eigentlich. Kann ich jetzt hier eigentlich was verschieben? Bin ja jetzt auf der anderen Seite. Au. Das hat weh. Ich gucke erst mal, ob ich nochmal durch. Ob hier noch was Interessantes ist. Damn. Bäh. Bäm. Ja, natürlich nicht. Ich muss also da durch. Und der kleine Link ist ja so schnell. Beim Schwimmen soll er richtig speed ab... Äh. So richtig speedy up gehen. Speedy up. Speedy here und speedy da. Speedy da 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 da. Geh weg. I don't like you. Hallo? Give me Ausgang. Please. I want to exit. Helm? Willst du mich flachsen? Jetzt, I don't know. Bewegt sich aber nichts. Kann nicht sein, dass ich eine halbe Stunde am Ausgang hänge. Hm. Da. Und dann sind wir hier schon mal fertig. Waren wir hier denn jetzt komplett durch? Ich schau mich nochmal lieber um. Zizurheit geht vor. Boah. Ja, hier gab's nur den Ding. Diese Rollalala. Hau ab, du Ding. Du Slime-Ball-Ding. Ja, ich dachte, ich schaff's eher als das. Puh. Dann probiere ich's nochmal mit dem Linken. Boah, was? Äh? Äh, ich bin grad ein bisschen abgelenkt. Ich gucke auch nach draußen. Ich müsste echt öfter mal rausgehen, glaube ich. Mir fällt jetzt erst auf, dass da ein Haus abgerissen wird nebenan. Also wir haben jetzt nicht Tag, aber, ähm, es ist dunkel und ich seh jetzt die Laternen von der anderen Seite und mir fällt jetzt erst auf, dass die Sachen abgerissen wurden. Oh mein Gott. Kellerkind. Schlimm. Ah. Äh, aber in der Zeit war ich jetzt so abgelenkt, dass ich jetzt gar nicht gesehen hab, was ich überhaupt mach. Das war reiner, purer Skill, der hier mich hier hingeführt hat. Kriegen wir jetzt hier schon die dritte Essenz? Ähm. Ich gucke die ganz einfach auf die falsche Taste, wenn ich drücke. Mauwürf ist aber bestimmt auch ein schöner Beruf. Maulwurf. Wow, 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 wow. Das ist jetzt sehr langweilig dieser Part. Kann ich aber nix dran ändern. Weil ich will ja nix verpassen, ne. Hm. Wow. Wow. Das war sauschwer, ey. Ach, jetzt bin ich wieder beim Start. Hab ich jetzt, hab ich eigentlich schon den großen Schlüssel? Hab ich nicht. Manu, warum hab ich den nicht? Ist ja unfair. Ich will den Schlüssel haben. Kann ich hier irgendwas verschieben, verstellen, verdrehen, verzwirgeln? Nein, aber ich muss dann schnell zum Anfang zurück. Aber wo kann dieser Schlüssel sein? Dann muss ich wohl noch mal hier. Hier rein, haha. Nein. Hier ist falsch, glaub ich. Weg, weg, weg. Will die einfach nur schnell durchkommen? Und vielleicht ein bisschen Kohle abstauben nebenbei. Ich hab ja schon voll... 300 Rubine waren alles. Geil Salz. Ach. Hier hab ich noch nicht durchgebottet. Vielleicht ist hier noch irgendwo was. Und hier ist... Na, ich guck lieber von der anderen Seite. Ich hab kein Bock, dass ich einen Raum schreibe. Da ist gar nichts. Ah, mies. Geiziger geht's ja nicht. Ich will einen Weg finden. Button smashing for the win. Ich hab hier echt gerade so bekloppt drauf. Komm, hier in der Mitte. Gib mir was. Gib mir was. Give me more. Dann hier oben aber. Hier ist so viel Mauer. Hier muss was sein. Wenigstens ein Glücksfragment. Rötte, 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 rötte. Total spannend. Kein Spaß hier, ey. Das ist... Äh, ja. Ne? Toll, hier waren wir doch schon noch nicht. Oh, nicht, ne? Dort kann ich noch nichts sehen. Ob das hier schon Ende war. Ob das nicht her ist. Nehme ich auch noch mit. So, ähm. Ich guck hier nochmal genau nach. Ich will hier nichts verpassen tun, doch. Gib mir some items. Alter. Muss hier noch irgendwo links oder rechts auf. Komm, gib mir auf die Plattform. Schau mal, was da noch abgeht. Also hier war... Na, was war noch hier? Ach. Shit. Jetzt soll ich mal meine Karte benutzen. Keine schlechte Idee, oh, fuck. So ein Mist. Oh, mein norddeutscher Dialekt hört sich sehr komisch an. Das könnte auch ein bisschen sexisch reden. Das könnte auch noch besser werden. Ich glaube, das ist aber auch nicht so. Gänsehautolle. Aber auch viel sexisch. Da muss ich noch ein bisschen übel. Übel, 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 übeln. Oh, verdammt nochmal, Alter. Dann guck ich das auf die Karte. Da ist noch eine Schatzkisse. Was? Da ist noch eine Schatzkisse? Aber wie komme ich da hin? Durch den Mittleren. Erdgeschoss. Es gibt fünf Kammern. Die rechten beiden sind verbunden. Weiß ich auch. Da, da, da. Ich bin in der zweiten. Da ist die Post hier. Es gibt mehrere Wege, um da irgendwie hinzukommen. Wenn ich durch die mittlere gehe, von oben dann rechts. Nur durch die mittlere eigentlich. Also ein Schmand. Also bei der... Ich gehe durch die... In der Mitte. Und muss jetzt... Muss oben lang und dann rechts. Hä? Bin verwirrt. Bin ich nicht in der Mitte liegen? Mitliegen, mitliegen. Mitliegen! Oder ist das die... Das ist die Mitte. Hier ist die Mitte. Oder? Jetzt gehe ich nach oben. Soll ich die Portale andeuten? Nee. Äh... Hä? 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 Ich soll... Ah, ich gehe jetzt mal rechts lang. Ich glaube, jetzt mal bin ich nicht rechts lang gegangen. Oh. Ja, komm. Komm, nein! Oh! Mh... Also ich bin nicht mal auf die Plattform drauf gekommen. Das ist schon arm. Nein! Wieso? Ja, 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 lalalalala. Ist okay. Also, wenn ich hier bin, muss ich da rechts durch und nach unten. Ah, lalalalala. Ah, lalalalala. Ihr setzt mich nicht auf den Anfang zurück. Könnt ihr euch ganz getrost abschminken. Ich brauche noch einen Schlüssel. Ich habe noch keinen, ne? Genau. Flop. Flop. Ich muss jetzt immer noch hier die Schalter drücken. Aber wie? Ich glaube, ich check's gerade echt nicht. Oh, ist das arm. Oh, richtig arm. Ich kann doch eigentlich auch ziehen, oder nicht? Oder? Oder nicht? Bist du blöd? Hä? Habe ich irgendein Item? Ich bin gerade echt... Boah, das ist der... Patele, der... Patele, der... Dreh dich! Mano. Man. Hm. Ich will irgendwas machen. Ich kann doch eigentlich... Ah, oh, bin ich doof. Oh, Gott. Oh, Gott. Tut mir echt leid. Tut mir leid. Sind wir nicht am Anfang der Folge hier angekommen? Oh, ich bin so ein Genie. Und ich habe sie schon falsch gesetzt. Oder? Äh, ich muss hier gerade durchkommen. Sonst ziehe dich jetzt hier hoch. Und ich ziehe hier hin. Und jetzt sind da drei Stück dazwischen. Eins, zwei, drei. Äh, bin ich wieder so blöd? Ich ziehe jetzt... Ja, okay. Ich probiere jetzt was. Für alle Angaben keine Gewehr. Ähm, und jetzt drei Stück. Nein. Natürlich nicht. Gott, Gewehr. Gewehr.